Los Angeles, da wollen alle mal Star werden. Du musst der Beste sein und nie aufgeben. Wenn ich vor den Leuten auf der Bühne stehe, denke ich bloß noch daran, was ist, wenn die mich auslachen? Du, Mann, du bist so furchtlos. Sala! Ich möchte auch so sein. Egal. Ich tue es. Sala! Haben beide diesen Traum. Ich schätze, das haben wir. Willst du Star sein? Wir zeigen es allen. Achtung, wir kommen! Sein oder nicht sein! Für sie ist das unmöglich. Auch nicht in einer Million Jahren. Aber was ist danach? Diese Stadt, Greg, die wollen mich nicht. Ich wünschte, wir könnten unseren eigenen Film drehen. Geniale Idee. Also da ist dieser Kerl, Johnny, richtiger amerikanischer Hand, wird von mir gespielt. Hat alles, sieht gut aus, viele Freunde. Und vielleicht ist Johnny auch Vampir. Sehen wir. Das Set der Gasse sieht exakt so aus wie die echte Gasse da draußen. Ganz genau. Wieso drehen wir nicht in der echten Gasse? Weil es ein echter Hollywood-Film ist. Nein, ja, klingt toll. Okay. Action! Ich hab sie nicht geschlagen. Echt nicht. Oh, hi, Mark. Was zum Teufel. Es funktioniert nicht, wenn du in die Kamera guckst. Und dann dieses wunderhübsche Mädchen. Alles für meine Prinzessin. Betrügt den Typen. Und dann dieser Kerl, Johnny. Red durch. Niemand respektiert meine Vision. Du bist ein verdammter Schurken. Red den ganzen Film hier für dich, Crack. Oh, ihr macht mich alle verrückt, Lisa. Cut. Wieso sagst du Cut, Sandy? Ist cool. Echte Schauspielerei. Wenn du dich noch mit dem Kleid rumregeln willst, mach das doch, bevor du dir das Hirn weggepustet hast. Ich sehe das anders. Du willst das wirklich durchziehen? Wir werden's durchziehen. Wir zwei. Tommy, Tommy, das ist doch nicht notwendig. Doch, sehr notwendig, sehr. Ich muss meinen Arsch zeigen, um diesen Film zu verkaufen. Ich glaube, du zielst ein bisschen zu hoch. Ich ziele, wohin ich ziele. Spiel einfach die Szene. Warum hat er Sex mit ihrem Bauchnabel? Er weiß doch, wo ihre Vagina ist, oder? Hi, Rondy.